Hallo und herzlich willkommen in der Serie 31 im Winter zur Fotoherausforderung Geist von Horizon, wo wir den 2002er Lotus Esprit V8 fotografieren müssen. Das Fahrzeug bekommen wir, wenn wir die Saisonmeisterschaft, also die exklusive Veranstaltung Lotusblatt abschließen, vorher. Wenn wir dann in das Fahrzeug steigen, wie immer einfach Foto machen und dann ist damit die Fotoherausforderung abgeschlossen und wir bekommen den Emote Beckerfaust. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.